Ich bin ja der absolute Disney-Fan. Ich kenne wirklich jeden Film. Ich werde jetzt Disney-Filme bewerten, darf die Reihenfolge danach aber nicht mehr ändern. Ich glaube, das wird richtig schwer. Mal gucken, was als erstes kommt. Oh mein Gott, Aladdin ist richtig krass. Ich glaube, ich gebe Aladdin die 2. Eins halte ich mir noch für meinen Lieblingsfilm frei. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh, der Film war auch echt süß. Also an alle von euch hat den Film geschaut, aber ich setze ihn auf die 4. Es gibt definitiv Besseres. Und als nächstes... Boah, den habe ich so lange nicht geschaut. Tut mir leid, aber der kommt auf die 5. Oh mein Gott, wird es kommen Peter Pan. Richtig kacke, den muss ich jetzt auf die 3 setzen. Ich mag den gar nicht. Oh, Alice in Wonderland. Mag ich, aber leider nicht mein Lieblingsfilm. Kommt auf die 1. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen verkackt. Was ist euer Lieblings-Disney-Film? Meiner Peter Pan.